Eine Menge, schon in der Nase an. Salzige Meerbrise. Die Inhaber Manfred und Janik Röger probieren jeden Whisky selbst, bevor er in den Verkauf geht. Dieser kommt aus Schottland. Es sind die allerersten Flaschen einer neuen Brennerei. Das Beste an neuen Sachen, was ich die letzten Jahre probiert durfte. Ich hatte das Glück, auf einer Schottlandreise ihn vor Ort im Pub zu probieren. Er war schwer begeistert, was Qualität, Geschmack und Aroma anbelangt. Dementsprechend haben wir unsere Bestellung aufgegeben und freuen uns, dass er jetzt hier ist und Janik auch die Chance hat, zu überprüfen, dass ich recht hatte. Definitiv, ja. Eine tolle Kombination, frische Malzigkeit, leichte Rauchigkeit. Das lässt auch viel hoffen für die Zukunft aus der Brennerei. Ein Schild am Tresen, ein Foto auf Instagram. Die Kunden sollen wissen, es gibt etwas Neues. Genau, das sind ja die Neuheiten, die sind jetzt schon ein paar Tage da. 2500 Whisky-Sorten bieten sie in ihrem Geschäft in der Itzehoher Fußgängerzone an, auf 180 Quadratmetern. Manfred Kröger hat vor 30 Jahren die Geschäfte von seinem Vater übernommen. Eins war schräg gegenüber in der Straße. Und da gab es ganz viele Kleinflaschen. So in der Art wie hier, Miniaturflaschen. Die brachte ein Lieferant. Und der brachte auch immer ein paar große, spezielle schottische Whiskys mit. Die verkauften sich auch, aber keiner wusste eigentlich so richtig, was ist es genau. Und wie ich voll eingestiegen bin in die Firma, habe ich mir gedacht, das ist spannend. Die nimmst du mal mit ins Hauptgeschäft. Habe ein, zwei davon geöffnet und war begeistert davon. Und so ist der Stein über die kleinen Flaschen dann irgendwo ins Rollen gekommen. Zusätzlich baute er einen Online-Shop auf. Den leitet heute sein Sohn. Der Versand erzielt 40 Prozent vom Umsatz. Yannick wird das Geschäft in sechster Generation übernehmen. Er hat BWL studiert und in schottischen Brennereien hospitiert. Als 16-Jähriger hat er angefangen, sich für das Geschäft seines Vaters zu interessieren. Die Konkurrenz ist größer geworden. Gerade der Online-Preisdruck von vielen großen Firmen ist da. Aber generell für ortsansässige Unternehmen ist es, denke ich, immer wichtig, sich breit aufzustellen. Und das ist eben auch unser Konzept mit Veranstaltungen, mit Webshop, mit Ladengeschäft vor Ort, mit verschiedenen Aktionen. Sodass man immer Alternativen hat, mit der Zeit geht. Ich habe sie in Schottland erlebt. Wenn sie da in der Destille sind, wie sie mit ihren Augen und Ohren alles aufsaugen, die richtigen Fragen stellen. Die kommen dann zurück und geben das Erlebte einfach an ihre Kunden weiter. Man findet hier immer etwas Außergewöhnliches, was Qualität hat. Und so ob derb, ist es ja auch nicht ganz einfach, so etwas zu finden. Das sind also häufig genussaffine Menschen, mit denen es Spaß macht, zu arbeiten, sie zu beraten. Ach, da ist er doch. Das ist definitiv nicht leichter geworden. Aber wenn man es schafft, sich neu zu motivieren und auch im Team zu motivieren, macht es nach wie vor Spaß. Der Kunde ist immer das Wichtigste. Das hat Manfred Kröger von seinen Eltern gelernt. Das ist in unserer DNA, sagt er. Und unter anderem dafür bekamen sie in diesem Jahr den German Whisky Award.